Bad love is always a lie-lie-lie Bring mich zum... Oh nein, nicht du schon wieder Du hast mich vermisst, oder? Ich weiß, gib Gas Rechnest du mit Ärger? Ähm, ja Das sind ne Menge Wagen Wen hast du diesmal verärgert? Ich wollte mehr über das Auto rausfinden, das ihr geklaut habt Und hab dabei wohl einen Nerv geträumt Bis dann Ramirez hier, ich bin auf dem Weg zum Flughafen Gut, November wird dich im Flieger bieten Der hat eure Pässe und Flugzeuge Melange, Ramirez, sie liegt in deiner Hand Enttäusch uns nicht Wohin fährst du? Keine Ahnung, das sehe ich dann am Flughafen Ich hoffe irgendwo hin, wo es warm ist Bei meinem Glück Ich tippe auf Schweden Wir sind fast da, halte ich bereit Ich bin bereit Mehr habt ihr nicht drauf? Hey Miller, wie wär's mit nem Drink, wenn ich wieder... Lass den Satz lieber offen Na toll! Hausschläger und jetzt auch noch Cops! Der Tag wird immer besser! Ja 35, verfolgen den 4-Helf, in westlicher Richtung Götter Rush-Brain L1-35, bitte um weitere Details über das Zielfahrzeug Der Fahrzeug ist an Audi S5 An alle Einheiten, Adam 1-35 führt eine Code-3-Verfolgung durch Er bitte Meldung Am Westen, Nervlich-Billionaire-Brill Meldung erhalten, Adam 6 4 Personen hat gerade ein Fahrzeug gerammt Hier, Adam 6, die Nägel haben nichts gebracht 4 Personen konnte sie umfahren In westlicher Richtung auf dem Lakeside Drive Ok, verstanden, Adam 6 Fahrzeug ist alles! Der Person hat uns gerammt, unser Wagen hat uns abgekriegt Ok, verstanden, an alle Einheiten Die Zielperson versucht, unsere Wagen auszuschalten Achtung, an alle Einheiten Wir setzen jetzt Straßenspenden ein, um die Flüchtigen zu stoppen Was ist dein Amt nix? Der Adam 13, unser Wagen ist short, behelde die Verfolgung Alles klar, verstanden In westlicher Richtung auf dem Solidar Drive Zielperson fährt in westlicher Richtung auf dems No Solidar Drive Mann, echt jetzt? Verdächtiges Fahrzeug hält an Zielperson ist mit einem Wagen kollidiert Die L L 30, gebe Verfolgung auf Mein Wagen ist zu stark beschädigt Verstanden In nördlicher Richtung auf der Carson Street Zielperson fährt in nördlicher Richtung auf der Carson Street K.E.L. M.A. woher Illusion ist ecc Unser Wagen ¡Wahnsinn! Fernsehen kann und schmecken, weib unity von Nördlichen Wir brauchen eine neue Primäreinheit. Die bisherige Einheit ist ausgefallen. Wir A-13, wir übernehmen als Primäreinheit. Ich bin nicht der Typ, der sich von Ärger fernhält. Macht mir zu viel Spaß, wieder rauszukommen. Ich weiß. Mach dein Ding, Männer. Edelmein-Star-10, wie lautet Ihre aktuelle Position? In westlicher Richtung auf dem E-34 Ember Valley Parkway. Verstanden. Zier Person fährt in westlicher Richtung auf dem E-34 Ember Valley Parkway. Ihr L-130, ich bin raus. Mein Wagen hat einen Totalschaden. Verstanden. In westlicher Richtung durch den West-Silverrock-Tunnel. Bestätige. Mit so einem Fazil habt ihr nie eine Chance. Du bist immer noch auf freiem Fuß. Ich bin beeindruckt. Könntest du mir das auch persönlich sagen? Ja. Es wird Zeit. Bis dann. Bis dann. Töne.